Okay, eine ganze Menge Fistechnik. Donners Tagebuch. In diesem Tagebuch sind einige Gedichte und abstrakte Skizzen zu finden, der überwiegende Teil unverständlich ist gekrakelt. Ich wurde zum Schmuggler-Posten versetzt, schon wieder. Diesen Posten liebe ich wie keinen anderen, denn hier gibt es nicht viel zu tun. Man muss nur den ganzen Tag auf Käufer warten und wenn der Mann sich langweilt und eine gute Ware vor der Nase hat, macht er einen tiefen Atemzug oder auch zwei. Außerdem erscheinen manchmal Leute, die unseren Beruf nicht mögen oder die uns übers Ohr hauen wollen. Dann geben wir ihnen die Behandlung, die sie verdienen. Uff, das Schreiben hat mich müde gemacht. Mal sehen, ob ich in zwei Hunden mal tief Luft holen kann. Danach schreibe ich ein Gedicht. Randnotiz. Alles dreht sich, die Welt bewegt sich. Momente vergehen, ich kann den Sinn des Lebens verstehen. Verschlingen das Leben, lass es das Fasten beenden. Der Rausch lässt sich beben, doch der Genuss sinkt bei Hände. Das Fleisch in Ekstase, hellrauscht durch die Adern. Bringt der Tod doch seine Saat, der hilft doch kein Haar dann. Ist das bescheuert. Aber so dichtens dauernd nun mal, wa? Rosen-Schema unübersetzt. Rüstung des Orns der Flamme-Rose, Handschuhs-Orns der Flamme-Rose, Schema-Schwertes-Orns der Flamme-Rose, Brief mit Befehlen und ein paar Florens. Ein Schema? Da scheinen ophirische Zeichen drauf zu sein. Vielleicht finde ich jemanden, der sie entziffern kann. Achso, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das lesen. Aber erst mal gucken wir uns hier auf. Das ist eh eine schwere. Ja, das ist ganz hübsch, aber das war es auch. Ein fremder Sprache verfasste Schema. Es ist eine Übersetzung erforderlich. Die Zeichnung stellen verschiedene Phasen der Hosenherstellung dar. Brief mit Befehl. Louis oder Levi oder Levi. Hast du das Schema von Robbe bekommen? Gibt es schon Fortschritte? Sobald du auch nur ein Wort entzifferst, schreib direkt mir, da dieser blöde Robbe irgendeinen Scheiß versuchen wird. Wir sitzen auf einer Goldmedie, Kumpel. Wir müssen nur rauskriegen, was auf diesen Papieren hingekritzelt wurde. Dann rennen uns die Käufer die Bude ein. Also bis auf weiteres wird niemand überfallen und ausgabt. Bleibt im Lager und strengt eure Köpfe an, bis euch etwas Sinnvolles einfällt. Ulrich. Ja, diese fortgelaufenen Soldaten der Redania sind irgendwie alles Vollidium. Ich weiß nicht, das Gefühl. Da sind mir die Banditen allemal lieber. Befehle zum Angriff auf Bogendorf. Ich habe Gerüchte gehört, dass ich in einem einsmal verlassenen Dorf Bogendorf neue Einwohner niedergelassen habe. Eine Gruppe gemeiner Banditen hat das Dorf übernommen, um dort Fistech herzustellen. Und dies könnten wir nicht zulassen. Ich erteile Ihnen ein Befehl, das Dorf anzugreifen, um dieses nutzlose Pack auszulöschen. Wir werden an jedem von Ihnen ein Exempel des Schreckens stattfinden. Bringt alle Ausrüstungsgegenstände und Vorräte in unser Labor nordwestlich von Brunwich. Alles andere wird zerstört. Ulrich. Das gefallene Labor. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich müsste die eigentlich lupen, aber ich kriege durch Quetzbestimmt eh wieder so viel Geld. Und ich habe noch 2700, also verarmt bin ich noch lange nicht. Da ging es mir schon mal schlechter in diesem Spiel. Jetzt ein Random Pferd. Jetzt witzig, wenn das eine Kopie von Plätze wäre. Das ist fast eine Kopie von Plätze. Ich ändere die Argen, interessiere mich nicht. Oder Krabbspinnen, aber doch immer. Irgendwelche Tiere. Tiermonster, Monstertiere. Monstrositäten. Das ist Hauptritterlade. Ja, da merkt man. Oh, in der Flammenhose. Wenn die jetzt überhaupt sind, vielleicht haben die auch nur die Wachen geklärt. Aber dann würden sie nicht damit kämpfen. Ne, die haben jetzt sogar die Schilder. Wobei, das ist immer noch Fakes. Ich kann natürlich. Oh, ja, 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 ja. Er lebt, er stirbt und kehrt er zurück. Ha, Finishing-Russ. Mal wieder. Hat man lange nicht. Schema Handschuh des Orns der Flammenbruder. Manuskript-Sente überlegen, das Samumgräber. Na gut. Ja, es ist halt so, so die, die kleine Set-Rüstung. Also ohne Set-Bonus quasi, die Set-Rüstung, die wir jetzt hier finden. Aufklärungsbericht Flammenhose. Tag 1. Zwei miese Arschgesichter aus dem nahegelegenen Dorf haben eine Kuh vorbeigetrieben. Ein bisschen Rind wäre zwar nicht schlecht, doch diese Dumpfbacken waren zu jämmerlich, um ausgeraubt zu werden. Wetterarm und nach Schweinestall stinkend. Also ließen wir sie ziehen. Ein Waggon mit Saatgut, der von Brunwich nach Ochsenfurt unterwegs ist, nicht der Mühe wert. Ja, irgendwie sind sie ja halbwegs gut noch. Tag 2. Nichts los auf der Straße. Passt ja perfekt. Tag 3. Haben in der Ferne einen Militärtransport gesichtet. Schwer bewacht. Befördern Fässer in ihren Wagen. Vermutlich Wein oder Hering. Waffen, das wäre ja wenigstens eine angefährt. Die Jungs waren am Abend außer sich vor Langeweile. Also vergnügten sie sich mit zwei Huhn, die zum Pilz Sammeln in den Wald gekommen waren. Nachdem sie ihren Spaß gehabt hatten, zwang ich sie, die Mädels gehen zu lassen. Hoffentlich kommen sie schnell mit ein paar Männern aus ihrem Dorf zurück. Das wäre ein unterhaltsames Kampftraining. Asozial sind sie trotzdem. Komm, wir vergewaltigen die und lassen sie dann aber gehen, damit sie Leute herbringen, damit wir die ermorden können. Nur weil uns langweilig ist. Liebe Kinder, was sagt uns das? Macht keine Dummheiten einfach nur was Langeweile. Macht sie lieber mit einem guten Grund. Nein, macht keine Dummheiten. Seid keine dummen Raubritter. Na du? Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dort hin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst in Schädel einschlagen? Ich frag mich, was da drin ist. Riecht nach Fistech. Was dagegen, wenn ich mir das anschaue, Brüder? Wir haben was dagegen. Ziemlich viel sogar. Schluss mit den Spielchen. Ich zähl bis drei, dann bist du weg. Verstanden? Eins, zwei. Drei. Drei. Ich hab nicht genug Geld für so'n Quark. Ich hab nicht genug Geld für so'n Quark. Hier, Hexer, Hexer! Störb, du Sau. Nicht mehr ganz so Kraft. Können wir jetzt mal ein bisschen abwehren. Hier geht er dann schon auf den Sack. Dafür wird er zerlegt. Andere Stierschlüssel. Für ne Mine. Ganze Fistech-Höhle, oder was? Gehen wir mal da rein. Größtenteils Müll. Mülli, 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 müll. Wer seid ihr? Verdammt! Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder, wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen. Oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen. Wir glauben an das ewige Feuer verbrannt. Aber Radogit hat uns reingelegt. Seine Schwur gebrochen. Und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer in seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger erinnert. Als fragte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt. Oder ins Exil geschickt. Ja, das Exil fände ich ja gar nicht mehr so schön. Das ist richtig. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das, der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant. Zieh deine Klinge. Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach hilflich darum. Okay, wir sterben, dann darf wir sterben. Oh Gott, jetzt kommen die hier alle an oder was? Kommen wir hier alle ran. Dann machen wir einmal Audi-Power. Wobei, ich kann mich einfach hier reinziehen und bumm machen. Vor allem verrüstet. Oh Gott, ich kann mich nicht betrifft. Ich will doch mal dann hoch. Ach toll, weil Gerard im Kampf keine Treppen steigen kann. Was ist das denn? Sehr anstrengend. Jetzt gibt es aber auch keine Ladebildschirme mehr. Wenn ein Schildträger im Ideen sein auszuhören, also vollständig erschöpft ist, lässt er sein Schild fahren, sodass ihn dann viel einfacher besiegen kann. Das habe ich noch nie einmal hinbekommen. Aber ich glaube, das geht auch nur mit starken Angriffen. Aber deswegen habe ich hier die schwerere Auszunehmen nicht genommen, weil ich die hier nicht benutze. Starke Angriffe sind doof. Viel zu langsam. Passt auch gar nicht zu Gerard. Ich bin... Und? Ja, aber... Ja, wir sind... Ganz ehrlich, euer Kummer ist mir egal. Und zwar so egal, dass ich noch nicht mal drauf scheißen würde. Ihr habt andere verfolgt. Sie vernichtet. Jetzt erleidet ihr das gleiche Schicksal. Also habt ihr bekommen, was ihr verdient habt. Hexer und Moralist zugleich. Amüsant, aber... Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ich kenne dich. Du bist Gerard von Riva. Du hast Jacques der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das war der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant. Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darauf. Das tut doch weh. Sogar kein Schaden als Explosion. So gut wie der Alex. Ulrich. Ah, er ist der Boss. Ich bin schon wieder hier gelandet. Sogar Scheiße. Komm mal ran, Ulrich. Hä? Hat auf einmal komplett gestoppt. Da haben wir mal wieder die wahre Monster gefunden.